Hallo, hier ist Tony von PocketPC.ch mit einem Review zur Tasche Payas mit dem Modell Premium 2 Vintage. Bei der Tasche handelt es sich um ein Produkt von Handysocken.ch und wurde uns freundlicherweise für ein Review zur Verfügung gestellt. Diese Tasche ist handgefertigt und natürlich maßgerecht an das iPad 2 angepasst. Es handelt es sich hierbei um ein schönes Wildleder. Bei dem Wildleder sieht man hier wunderbar gefertigte Maße, ach Maße sage ich schon, ein wunderbares Muster und auch sehr akkurat gefertigte Nähte. Das Ganze ist also wirklich eine geschmeidige Linie hier. Von der Seite gesehen hat man hier auch keine Lücken oder sonst irgendwas. Das geht alles einher, das passt sehr gut zusammen soweit. Wenn ich das Handy hausholen möchte, dafür habe ich dann hier diese Kuhle, dann kann ich das dann packen. Das zeige ich euch auch nochmal. Von innen haben wir hier so ein Futter, das schont dann auch das Telefon. Das ist nicht rau, das stört auch nicht, fühlt sich sehr gut an. Die Tasche allgemein fühlt sich auch sehr wertig an, überhaupt nicht billig oder sonst was in der Richtung. Mit dem schönen Logo dabei. Wenn ich das Telefon einmal hier rein stecke, dann sieht man auch, dass es hier passt. Das heißt, hier ist wirklich keine großartige Luft zwischen oder sowas in der Richtung. Das Handy schminkt sich hier wunderbar ein. Es steht nicht irgendwie über oder so, wie zum Beispiel wenn es jetzt mit der Tasche zu klein wäre. So. Es geht sehr leicht rein und raus. Allerdings nicht so leicht, wie zum Beispiel bei einem anderen Podcast, das ich euch zeigen möchte. Und zwar jetzt hier bei so einer, sag ich mal, herkömmlichen Tasche. Ich packe das Handy hier rein. So. Und ich wackele hier nur kurz ein bisschen dran und das fällt hier schon raus. Da sieht man, dass Taschen, die sagen wir nicht maßgefertigt sind, wie diese hier, nicht sehr praktisch sind. Und zwar mache ich diesen ganzen Test hier auch nochmal. Ich halte das Handy wirklich nur locker fest, ne. Wenn ich natürlich jetzt richtig fest mache, dann fällt es natürlich auch raus, ne. Aber, nochmal hier zum Vergleich. Sprich, das Handy ist auch bei der ganzen Tasche sicher. Die Haptik ist wirklich sehr angenehm. Es ist, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, irgendwie wirklich eine Freude, diese Tasche immer rauszuholen. Ähm, schon irgendwie eine Freude. Also, ob ich es damit sagen will, es macht Spaß. Ich habe die Tasche in der Hand, hole das Handy raus und habe nicht irgendwie so ein ekliges Gefühl an der Hand oder so. Es fühlt sich absolut nicht billig, sondern sehr hochwertig an. Das war's, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten besucht unsere Webseite www.pocketpc.ch Und abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.